Jo, da wären wir wieder. Ich stehe allerdings nicht da, wo ich eben gerade noch stand und die Sachen gepickt habe, denn es gab leider ein kleines Problemchen. Die eine Folge ist verloren gegangen. Ich hatte hier unten... Hier unten, genau, hier. Hatte ich mit meinen sieben Ardite-Picken die ganze Zeit draufgekloppt und ich hatte am Ende, ich glaube, acht Topazer rausbekommen. Die habe ich auch schon umgewandelt, habe daraus in Türme gebaut, habe die Türme hier im Westen verteilt. Und ich habe was noch gemacht? Nicht wirklich viel. Also ich habe nur noch weiter Strommasten gesetzt und so weiter. Also ich habe nicht wirklich viel verpasst. Das sollte also okay und nicht allzu schlimm sein. Das heißt, ich mache jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme, was noch so anliegt. Und gucke dann einfach weiter. Ihr seid... Was, wie, wo? Unten rechts. Okay. Rechts haben wir gar nichts, oder? Wechselwaffe. Okay. Es war nur ein Spucker von da oder da. Weil wenn wir das Ding da triggern, dann laufen die hier lang und gehen dann hier hoch. Ja, das könnte hinkommen. Das heißt, die Basis war und nicht die. So, oder so brauchen wir hier unten auch Tupas-Türme. Ach, ich habe sogar noch zwei dabei. Dann setz den nochmal bitte da hin und den nochmal bitte... Wobei, die sollten noch ein bisschen früher schießen. Das ist okay. Mach die mal da so hin. Damit wir hier die Verteidigung haben. Ich hatte auch noch allgemein Bäume weggehauen und alles ein bisschen sauber gemacht mit den Mauern. Aber, ne? Das ist ja nichts Weltbefegendes. So, Bestandsaufnahme wollte ich eigentlich machen, bevor dieser komische Wee-Wee-Wee-Angriff da kam. Äh, öh. Sieht inzwischen gut aus. Die Tank sind proppevoll. Es fehlt allerdings die Raffinerie, die ich letzte Folge, ja, anfangen wollte. Die ich so gebaut habe. Hm, okay. Ähm, hat die einen Platz? Hier irgendwo vielleicht? Es ginge, ne? Ja, wir müssten nur die Rohre da weg machen. Okay, dann bau doch bitte mal da von welche. Oh, dauert das lange. Aber ja, dann machen wir das da einfach ein langes Boot, das dann von da nach da direkt vermittelt. Dann haben wir da Platz. Die da müssten wahrscheinlich noch weg. So. Von da nach da. Und dann dich bitte dahin. Du machst das Advanced Processing Zeug. Mit Speed-Modulen. Du brauchst Wasser. Du kommst da hoch, du gehst da wieder runter und machst da ein normales Rohr ran. Dadurch müsste das Wasser weiterhin nach unten fließen, zu dem Ding und alle sind versorgt. Okay. Dann noch Öl. Öl bitte von... Hauptsache irgendwo abzwacken. Ja, da weg. Da hin. Da runter. So, du arbeitest. Jetzt kommt das friemelige Zeug, was ich eigentlich gerade nicht machen wollte. Vor der Zeitrafferfolge. Also du musst... Ich brauch mehr davon. Oh, davon ganz viele. So, du musst hier runter nach da verbunden werden. Du musst... Öh, grün. Mach grün weg. Wir sind in der Basis. Wir haben genug Licht. Mach aus. So. Äh, sehr grün. Genau das können wir... Du kommst weg. Das können wir damit und damit verbinden. Wir brauchen noch mehr normale Rohr. Du, mach mal bitte doch hier schon einen Hochgang. Da wieder einen Runtergang. Klappt das? Du bist noch da. Du bist noch da. Du bist noch da. Okay. Äh, da. So. Schwereöl wird schon mal abgekommt. Leichtöl. Leichtöl müsste da hin. Also da raus. und damit verbunden werden. Und du musst da ganz runter. Nein, 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 nein. Mist. Da. So. Du. Der. Nicht gut. Eigentlich muss das... Ich hab hier nach und nach alle Masten weggenommen. Und eigentlich müsste der Mast auch noch weg, damit wir hier ein bisschen drängeln können. Aber ich quetsche das einfach hier unten rum. Das klappt schon irgendwie. Du. Dahin. Darunter. Dahin. So sollte jetzt alles abgepumpt werden, richtig? Das Leichtöl wird nicht schnell genug weggepumpt, weil das hier voll ist. Das lässt sich ändern. Wir werden so viel Smog produzieren. Das wird trotzdem noch nicht weniger. Okay. Weil die hier unten nicht schnell noch rausgenommen werden. Okay. Das lässt sich auch ändern. Raus. 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 Weil du voll bist. Ja, die Roboter sollten das mal ein bisschen besser verteilen hier. So. Genau. Ja, jetzt soll das richtig schnell weggehen. Jetzt halt mal her. Nö. Ein. Ein. Das ist, glaube ich, besser. Ein. Ein. Weil sonst werde ich nachher in zwei, drei Folgen wieder meckern, dass wir nicht genug Strom haben. Und das wäre alles doof. So. Ein. 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 Trotz. Ah doch. Es wird. Ich sehe einen ganz kleinen schwarzen Strich. Blub. 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 Kommt hier jetzt wenigstens wieder mehr an? Nicht wirklich. Ja, ich könnte jetzt leicht üben noch zerlegen zu Promet... äh... Genau. Promethiumgas. Nein. So Petroleumgas. Ja. Muss ich. Muss ich definitiv. Wo führst du hin? Ach so. Du warst. Genau. Du warst das Falsche. Dich kann ich mal komplett abbauen. Oh. Okay. Entschuldigung. Hm. Tu da rein. Wer war mit? Prägt er mit? So. Das heißt, den ganzen Arm hier brauchen wir gar nicht. Nimm doch mal hier eine Fabrik hin. So. Ähm. Du hättest gerne das zerlegt zu dem. Brauchst du dafür Wasser? Ja, brauchst du. Das ist doof. So. Leicht. Da hin. Wo haben wir Wasser? Da hinten haben wir Wasser. Äh. Ja. Ja. So. Arbeite schneller. Ich hoffe mal, es geht sich jetzt einigermaßen auf. Aber wir haben jetzt ja doch mehr Leichtöl als Petroleumgas. Und ich mach mal. Die hier weg. Und baue mal zwei von den tollen Tanks. Damit wir nicht so irre viele Tanks hier überall haben. Die hier können auch alle weg. So. Das komische Ding hier kann auch weg. Überhaupt. So. Toller Tank meins. Toller Tank meins. Dahin. Toller Tank Nummer zwei kommt gleich. Eigentlich müsste ich die Leichtöldinger da ersetzen, weil, ne? Da staut es sich gerade. Aber dann würden wir 2500 Leichtöl wegschmeißen. Das ist irgendwie schade. Naja. Wobei. Wir haben unendlich viel Öl. Ja. Okay. 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 So. Jetzt sollten die drei Raffinerien durchgehend arbeiten. Richtig. Fast instant rausgepumpt. Obwohl wir nicht mal eine einzige Pumpe in unserem System haben. Das ist schick. Ja. Super. Super. Öl. Tanks halten gegen an. Also ich denke, ich kann das jetzt hier unten in Ruhe lassen. Das heißt, unsere Plastikproduktion sollte jetzt ungestört arbeiten können. Das heißt, wir haben genug Plastik. Wir haben also wieder genug für rote Chips. Weil davon haben wir keinen im System. Wir haben nur ganz viele grüne. Reguliert sich aber jetzt hoffentlich selber. Dann hätte ich ganz gerne mehr davon. Fabriken brauchen wir gerade nicht. Es gab eine Idee mit dem neuen Strommuster hier oben. Mit dieser Anlage hier, weil ich die Roboport nicht richtig setzen kann. dass ich einfach einen MK1 Roboport nutzen soll. Ich weiß nicht ganz. Also ja, ich könnte hier einen Roboport MK1 hinbauen. Hätte ich sogar das Zeug für über. Aber das... Ein bisschen übertrieben. Ja ne, mach mal so weiter. Ist okay. Weswegen kommt ihr da hinten nicht klar? Was fehlt euch? Euch fehlen blaue Kisten. Okay. Bau blaue Kisten. Schmeiß meine blauen Kisten hier rein. Dann sollte das Ding auch irgendwann mal fertig sein. Ja. Forschungstechnisch habe ich in der einen Folge, die ihr jetzt nicht gesehen habt, weiter in Richtung... Angriff von unten diesmal. Und was zerstört? Viel zerstört. Mach das Lichtdingens wieder rein. Lichtdingens, wo bist du? Schnell Lichtdingens. Seh dich nicht. Wow, okay. Ich stelle mich in die Mauer. Ups. Ups. Ich habe einmal aus Versehen nach oben geschossen. Ah. Okay. Es geht. Also ich habe auch einigermaßen Schaden vor. Sagt vor allem, als ich einmal nach oben geschossen habe. Was ist das jetzt? Achso. Das hat sie erledigt. Vor allem, als ich nach oben geschossen habe und hier die zwei Türme zerlegt. Aber sonst, wenn ich genau auf deren Körper drauf halte, dann geht das einigermaßen. Tja, die Bäume hier müssen eigentlich weg, weil ich es sonst nicht sehen kann, wenn die auch nicht angreifen. Da sind ganz schön viele Leuchten der Sachen. Vorbeigehen und ein bisschen aufräumen. Achso, hat sich erledigt. Ganz ohne Dingens-Türme. Ja, das war bestimmt wieder nur Kleinkram. Irgendwo hier müsste es gewesen sein. Ja. Ein Bärserg. Ups. Ein Bärserg. Kampf von Osten. Wahrscheinlich da oben. Wie sieht meine Verteidigungsanlage inzwischen aus? Oh ja, hier. Das sollte ich zwischendurch immer wieder leer machen. 18 Dunsten. Das ist mau. Aber ihr macht das schon. Da. Da. Ja, kein König dabei. Das ist schon mal gut. Was hier noch fehlt, sind ein, zwei Topastürme. Da fehlt eine Mauer. Das hier dürft ihr bitte mal abreißen, wenn ihr Zeit habt. Und dann später ersetzen durch Sandmauern. Oh, da kommt ihr ja schon. Ach, weißt du, was mache ich kurz? Weg damit. Weg, 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 weg. Setzt langsam. Hier hatten wir Robo-Portium gebaut, ist alles okay. Ja, eigentlich müsste ich jetzt was machen. Wir brauchen später Lila-Chips für den Fünfer-Drill, richtig? Nee, wir brauchen ein Vierer-Drill. Und wir brauchen dieses andere High-Advanced-Frames-Gedöns und so. Die wir noch gar nicht erforscht haben. Indestructible-Rotor. Ich brauche fünf Steelblades. Bau mal fünf Steelblades. Nee, neun brauchen wir insgesamt. Bau mehr Steelblades. Was fehlt? Stein. Achso, haben wir nicht mehr im System, sonst müsste es doch eigentlich zu mir geflogen kommen, ne? Eigentlich ja. Komische Sache. Ja, also ich ruhe mir gleich Steine. Dann baue ich mal zehn von den Lila-Chips. Falls wir die doch noch für irgendwas brauchen. Weil ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, doch mit den Flüssig-Sachen anzufangen, weil die Lila-Chips ja doch ein bisschen nervig sind, weil sie blaue Chips brauchen. Mond-Sink und was weiß ich. Aber, nee. Nee, nee, nee. Das ist okay. Genau, mach das da weg.